So, hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Challenge namens die Try Not To Swirl Challenge. Und ja, in dieser Challenge geht es darum, dass ich versuchen werde, nicht zu fluchen, während ich ein Spiel spiele, welches ziemlich provokant ist. Ähm, ja, wir spielen jetzt Anfer Mario. Ich muss versuchen, nicht zu fluchen, wenn ich fluchen werde. Ich hab mir eine Strafe ausgedacht. Wenn ich anfangen werde zu fluchen, muss ich einen schönen Biss in so ein, ähm, ja, in eine Zitrone reinpacken. Ich liebe Zitronen, aber ich hab noch niemals einen ordentlichen Biss daraus genommen. Und ich will das auch, glaube ich, auch gar nicht. Egal. Ich werd versuchen, äh, nicht zu fluchen. Also, ich hab dieses Spiel noch nie gespielt. Wir spielen das erste Level, okay. Okay, use the arrow keys to move around. All... Alles wird gut. Alles wird gut. Alles wird gut. Ich werd mich nicht aufregen. Alles ist gut. Ich werd mich nicht aufregen. Nope. Checkpoint. Äh... Was war das denn? Okay, das Spiel, äh, liebt es mich zu trollen. Nope. Was war das? Nein, ich fluche nicht. Ich werde nicht fluchen. Ich werde auf gar keinen... Ich werde nicht fluchen. Ich werde versuchen, nicht zu fluchen. Es ist schwierig. Diese Musik geht ein... Ziemlich auf den... Ich hätte fast geflucht. Nein. Okay. Das Spiel liebt es. Nicht fluchen, Vasi, Tor. Nicht fluchen. Nicht fluchen. Mein Auge hat angefangen zu zucken. Das ist kein gutes Zeichen. Danke. Danke. Ja, natürlich mach ich das nächste... Wow. Ah, 50-50 Shots verkackt. Oh, Gott. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Das war... Oh, scheiße. Okay. Alles oder nichts. Ich habe eine Lektion gelernt. Lass mich in Ruhe. Heute ist ein schöner Tag. Findet ihr nicht auch? Ein sehr... Ein sehr schöner Tag. Ne? Okay. Checkpoint. Okay. Ich habe ein sehr... Und ich habe ein sehr... Ich habe ein sehr... Fühlt sich das gut an. Oh shit. Wie viel Level hat er dieses scheiß Spiel denn eigentlich? Das war zu erwarten. Das war auch zu erwarten. Oh, oh, oh. Das hab ich... What the fuck? Nope. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Was? Was das? Oh Yes Puh! 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 Okay! Nächstes... Oh oh! Ich vertraue dieser Brücke NICHT! What the fuck?! Scheiße! Ich habe schon wieder gesagt... Okay! Alles oder nichts! Diese wunderschöne Zitrone! Ich liebe sie jetzt schon! ACH! Juste! ACH! 스kак! Scheiße! Schoss! Schoss! Hrgh! Schoss! Er, 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 er... Waaaaat! Was? Ich vertraue der Scha... Oh mein Gott, das ist so spaßig! Ich liebe es! Das ist mein Lieblingsspiel! Es ist sogar besser als GTA San Andreas! Oh mein Gott! Mein Lieblingsspiel Nummer 1! Fuck you! Habe ich das gerade ernsthaft gesagt? Oh Mann, ich bin so blöd! Okay! Prost! Das sind Kerne! Ja! Schön! Fuh! 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 Okay! Ich schaffe diesen Schwung nicht mehr! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Da war ein Checkpoint! Also... Ich sterbe bei... Fick dich! Fick dich! Fick dich! Ich sag euch Leute! Ich habe gerade 135 Tode! Wenn ich erst bis 140 Tode nicht schaffe, bis zum Checkpoint zu kommen, dann... Wird diese... Wird diese Zitrone hier genossen! Fick dich! 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 Lass mich auf! Hicke aus mich! mir geht's gut aber hey wir haben noch eine zweite wir haben es geschafft endlich okay was jetzt ist mir scheißegal was mich hier töten wird wieso tötet mich nichts zu früh gefreut oh mein goooooooood ok ich will mich umbringen oh nein ich dachte diese taktik funktioniert ich dachte zum ersten mal meinem leben dass diese taktik funktionieren wird ok probieren wir es aus ich hab's vergessen und schon wieder direkt rein gesprungen warte was musste ich von dem typen sterben was ich musste von dem typen sterben die ganze zeit und ich bin ja das ist unfair das ist unfair ok jetzt müssen wir mal logisch überlegen wieso kann das teil da über das über die teile laufen und ich nicht hab ich grad scheißteil gesagt das wollte ich nicht sagen tut mir leid wieso kommt es zurück ich will es nicht ich will es nicht wo 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 ich schätze nicht dass ich da drauf springen kann das ist mir egal das ist mir sowas von egal jetzt gerade was ist das da oben eigentlich muss ich da drauf was ist mir nicht dass ich mir sagen muss wir müssen shirt die die okay was geht hier okay was geht hier okay was geht hier ab nein ich werde schöner ernst ich liebe spawnkills darf ich endlich du von schon wieder dieselbe exakte voller spawnkill suicide Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock auf diese... Das ist so ein... Ich habe keinen Bock auf den Knull zu sagen. Ich habe keinen Bock auf den Knull. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020